Hallo Ich wollte gerade mich zu erinnern, was wir am letzten Mal gemacht haben. Ich habe mir noch eine Telefonnummer liegen und wir wollen natürlich an der Europa-Handelsplakette teilnehmen. Das heißt, wir rufen eine Bank unseres Vertrauens an, hoffen, dass da jemand an der anderen Seite dran geht und sagen eben hier dem Herrn von der Spaßkasse, dass ich eine Beweisung machen möchte und zwar 2000 Euro auf die Kontonummer 24723. Und ich weiß echt nicht, was diese Europa-Handelsplakette ist. So, wir konnten die Überweisung erfolgreich ausführen. Okay, vielen Dank und auf Wiedersehen. So, wir gucken erstmal wieder hier unser Standardprozedere. Hackfleisch fehlt, dann nehmen wir mal hier. Wo waren wir denn das letzte Mal immer? Fleisch und Fisch, ne? Ja. So, wir haben ja gesehen, dass von unseren Pizzen einige wirklich richtig gut gehen. Wir müssen auch hier jetzt deutlich mehr einkaufen, weil bei einem der letzten Tage habe ich ja nur aus Versehen halt auf den Simulations-Weiter-Knopf gedrückt, was so nicht meine Absicht war. Käse und da könnten wir auch nochmal nachkaufen. Das wird hier oben schon knapp. Und der Bell-Päse, der kommt ja gut an als Käse. Ja, was habe ich mir vorgenommen für die zweite Staffel? Wir werden ein... Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal alles erzählt habe, was ich alles Tolles machen werde. Ähm, ich werde auf jeden Fall, was mein Ziel ist, eine zweite Filiale aufbauen, sobald unser Kontostand deutlich sicher in den Zehntausenden ist. Was wir eigentlich erreichen können, sollen, tun würden. So, hier ist unser Produktionsablauf nochmal. Da gucken wir mal eben hier, wie es mit den ganzen Kapazitäten aussieht. Wir sehen schon, wieder wird die Einrichtung knapp. Also optimal ist so eine Filiale, wenn Einrichtung und Öfen und Personal sich so die Waage halten, ne? So. Normalerweise müssten wir jetzt hier eigentlich noch einen Tisch reinsetzen, aber da haben wir noch nicht genug Geld für. Deswegen simulieren wir einfach nochmal einen Tag. So, 100% lieferfähig. Wunderbar. 10 Rezepte, Nachfragewert, Ausgaben, Einnahmen. Das sieht alles sehr gut aus. Hier kommen jetzt nochmal die Wochenübersichten mal wieder. Und dann haben wir hier unsere Bestseller Trend Nummer 1, Trend Nummer 2. Die Trend Nummer 1 kostet mittlerweile 35 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben da 303 Stück vom Verkauf. Das ist also echt Wahnsinn. Aber wir bleiben nach der Abrechnung mit dem Personal und Co. deutlich in den Pluszahlen. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir werden morgen mal extra früh aufstehen, damit wir das Restaurant größer machen können. Also umdekorieren. Und wieder fehlen Zutaten. Also das ist immer nervig. Ja, aber je größer die Nachfrage wird, natürlich. Das ist ja auch, wenn er herankarren. Und das ist auch eine Sache, die ich mir für diese Staffel vorgenommen habe, für die zweite. Mit euch gemeinsam würde ich dann gerne irgendwo uns, dass wir uns ein schönes Lagerhaus zulegen. Ich sage mal, das sollte man eigentlich ab drei Filialen machen. Aber im Zuge dieses lockeren, gemütlichen Playtests, Let's Plays, wie auch immer ihr es nennen wollt, hier in unserem fantastischen Spiel Pizza Connection, bietet es sich an, weil es euch wahrscheinlich ganz gewaltig, also wie mir auch, auf den Zwirn geht, hier jeden Tag diesen Mist einkaufen zu müssen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da im Hintergrund, weil bei diesem Originalspiel die Sounddateien irgendwie in der DOS-Box nicht wiedergegeben werden, ob wir da vielleicht mal im Hintergrund so eine Ach, der Heini ist wieder zu spät gekommen. Ob wir da so eine Hintergrund-Doodle-Musik einspielen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. So, wir sehen auch, unsere Pizza-Qualität ist angestiegen. Wir haben das letzte Mal noch bei 42, jetzt bei 46. Und ich habe gesehen, bei den Fraps-Aufnahmen ist es so, dass teilweise Frames verloren gehen. Das heißt, das Bild bleibt kurz stehen und ihr seht einige Sachen noch nicht. Zum Beispiel beim Koch-Wettbewerb habe ich die Birne nicht gesehen, die habe ich aber gesehen, weil sich einfach das Bild nicht aktualisiert, solange auf dem Bild nichts passiert. Das ist etwas blöd. Ich kann, glaube ich, Fraps, das werde ich für die nächste Aufnahme mal versuchen, anweisen grundsätzlich. Aber nee, das habe ich, glaube ich, schon, ne? Capture Force Lossless... Lock Frame Rate While Recording. Das könnte ich mal machen. Dadurch hätten wir möglicherweise den Vorteil, dass die Frames nicht verschwinden. Werde ich mal testen. So. Wir haben alles eingekauft. Wir gucken nochmal zur Sicherheit, ob das alles passt hier. Ofen ist wieder das engste. Das ist gut. Das heißt, wir könnten mal eben hier die Preise ein bisschen anpassen. Und da schauen wir mal eben hier so. Oh, wir sind super beliebt. Das ist gut. Die Verkaufszahlen sagen mir, dass wir eigentlich ganz gut liegen, bis auf meinem Scheiß-Pizzen hier. Ich würde fast sagen, dass wir alle Pizzen 1 Euro teurer machen. Auch da, danke nochmal für den Hinweis. Das ist einigen aufgefallen. Oh, 1 Euro teurer. So. Das ist einigen auch aufgefallen, mir auch hinterher. Man weiß nie so genau, was das Spiel als Kommazahl ansieht. Also Punkt oder irgendwie. Und da habe ich dann immer erzählt, komm, ich mache den Preis auf Komma 50 und so. Und sehen wir hier schon, ist nicht gelungen. Deswegen werde ich einfach jetzt volle Preise machen und fertig. So. Und die hier können wir natürlich auch teurer machen. Die machen wir mal auf 9,20. Weil wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen, ne? So. Dann gehen wir raus. Und jetzt will ich am nächsten Tag, will ich jetzt eher anfangen. Damit ich in aller Ruhe umdekorieren kann. Das machen wir mal. So. Und dann simulieren wir nochmal hier. Sehen wir ein bisschen mehr verkauft. Entschuldigung, dass ich gerade etwas übersteuert habe. Nachfragewert, Umsatz passt. 900 mehr. Was will man mehr? Damit können wir jetzt erstmal ordentlich unsere Pizzeria ein bisschen weiter einrichten. Ich muss da eben einen Schluck trinken. Dann machen wir mal zunächst mal hier. Ich hatte übrigens auch in einem Video erzählt. Ich weiß nicht, ob das das Special zum Good Old Times Special war. Hatte ich die gewagte These aufgestellt, dass es den Leuten wichtig ist, nicht so nah an der Wand zu sitzen und so. Das ist mal völliger Blödsinn. Ihr könnt also theoretisch hier so einen richtigen Frestempel machen, wo alles ganz dicht aneinander steht und die Leute stört es nicht. Das ist auch alles noch nicht optimal, was ich hier habe, also das mit dem einen Stuhl zum Beispiel, ne? Hier, das ist ein Tisch für vier Leute. Wohingegen das hier ist, glaube ich, nur einer für zwei, genau. Da haben wir vier Stühle dran. Das heißt, das werden wir jetzt auch mal eben optimieren. Und ihr wisst ja schon, mit jedem Klick, den ich hier mache, geht ein bisschen in meiner Tageszeit rum. Und das ist zum Beispiel der Energiewert, falls ihr euch gefragt habt, für was ist denn der, wenn ihr einen Charakter erstellt, auswählt. Der Energiewert gibt wieder, wie viele Moves man quasi pro Tag machen kann, wenn ihr so wollt, ja? Das heißt also, wenn ihr wenig Energie habt, dann seid ihr nach der Hälfte des Tages schon oppe. Ihr müsst nach Hause gehen, ja? Und, das wollte ich doch so gar nicht. Ich wollte die hier hin machen. Ich hoffe nur, dass die Bedienung dann noch durch die Tür kommt. So. Das ist alles sehr, sehr fimmelig hier. Und sieht auch nicht schön aus. Wisst ihr, weiß ich, verkaufe jetzt mal diese scheiß Bänke hier. Obwohl die gut ankommen. Kann ich zumindest hier schon mal hier mal gescheit die Stühle anordnen. Dann haben wir hier schon mal gescheit einen Platz. Wie gerade an den Tisch passen, eh nur zwei. Das ist gut. Und jetzt können wir das ein bisschen anders aufteilen hier. Noch mal schon wieder neun Uhr. Kommt diese scheiß Bank auch weg hier. Da kaufen wir mal weitere Stühle ein. Beziehungsweise, wir wissen ja, dass unser Publikum nicht ganz so, äh... Nicht, also es ist nicht ganz so schlimm, äh... Wo waren wir denn da? Nicht bei Klassikrone waren wir nicht. Wo waren wir denn da? Modern Comfort? Ne. Warten wir denn diese Holzbänke her. Small and sunny. Naturpur, genau. Und da wollte ich gucken, ob es da Stühle gibt. Genau. Grill sitzt hell. Grill sitzt dunkel. Ich hab jetzt gerade meine Listen nicht hier. Ich kauf jetzt einfach mal auf Verdacht, ähm, ein. Und hier weiß ich auch schon wieder nicht, warum die stehen müssen. Das ist echt... Das sehen wir gleich, wenn die Leute drin sitzen. Die sitzen dann wieder ganz komisch da an ihren Plätzen dran. So, Tisch für vier Leute mit vier Stühlen, mit drei Stühlen, mit vier Stühlen, mit zwei Stühlen. So. Das sieht alles noch immer so aus wie hingekackt und hingeschissen. Ich weiß. Ob diese Grillstühle wirklich ankommen, weiß ich gar nicht. Das werde ich gleich mal... Ich hab irgendwo noch die Liste hier. Mal eben schauen. Ähm... Was wir sonst noch hätten nehmen können. So, den Boden haben wir. Die Tische. Ähm... Stühle. Und unsere Zielgruppe waren ja hier so Arbeiter und Co, ne? Was haben wir jetzt genommen? Young Action? Ne. Was hatten wir? Wir hatten... Natur... Barbecue-Stuhl. Ja, doch. In einer Zielgruppe zumindest. Aber dieser Basket, dieser, dieser, dieser Basket, äh, dieser, dieser Korbstuhl, der kommt bei allen am besten an. Dann müssen wir mal gucken, ob er vielleicht da... Was kostet denn der? Äh... Natur... Oh, 1000. 1000. Naja, das wollen wir jetzt nicht. Wir können hier nochmal eben einmal... Äh, hier noch einen. Obwohl, wir können einen einfach mal da reinsetzen. Da können sich ja die Bonzen an den Tisch setzen, dann. Ist mir doch auch egal. Äh, so. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Stellen wir den Stuhl hier oben hin. Und dann kaufen wir drei weitere Stühle fehlen, ne? Ähm. Dann gucken wir mal, was das kostet. Also, ich meine, 1000 steht hier drin. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Korbstuhl. Da, da ist er. So, und der kommt wirklich gut an. Entschuldigung, dass ich gerade schon wieder übersteuert bin. Äh, ähm. Ah, das ist eigentlich Wahnsinn, das Geld dafür auszugeben, ne? Aber wir machen das mal. Wir machen es einfach mal. Wir wollen ja hier, äh, unendlicher Marktführer werden. Und das werden wir nicht, wenn wir hier nur kleckern. Statt zu klotzen. Also. Je besser den Leuten meine Einrichtung gefällt, desto eher werden dir auch Onkel, Tanten und, äh, Nichten und Schwiegereltern hier in meinem Restaurant weiterempfehlen. Warum passt das denn nicht? Sag bloß, der passt hier nicht gescheitert runter. Dann kriege ich aber die Pimpernellen hier. Sag bloß, man braucht so viel, weil der, weil das so ein Scheißstuhl ist, man braucht so viel Platz am Tisch hier. Dann kriege ich aber zu viel. Dann haben wir ja, haben wir ja genau gar nichts gewonnen hier. Und jetzt haben wir einen Tag nämlich auch überhaupt keinen Einnahmen gehabt. Weil wir ja hier nur rumgespielt haben. Ne, hier geht es komisch. Man kann offenbar erst den, den Stuhl besser unter den Tisch stellen, als den Tisch unter den, äh, den Stuhl, äh, den Tisch über den Stuhl stellen. Auch nicht. Dann machen wir es noch anders. Wir müssen ja Platz sparen. So. Die Stühle nur auf einer Seite sind. Sollte das entsprechende Platz sparen. Na komm schon, du Fimmeljüren hier. So. Okay. Naja. Und wie das dann aussieht, äh, und ob unseren Leuten das gefällt, das seht ihr dem nächsten Teil. Bis dann. Und wie das dann ist, äh, und wie das 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 ist